Hallo und herzlich willkommen zu... Oh, Skelett! Das wird so ein Spasti! Ohne Scheiße, steht vor meinem Haus! Ach, du bist ja Hardy. Ey, erstmal willkommen zurück hier zu Let's Play Together Minecraft. Ihr hört da Hardy übrigens. Hardy, sag mal noch ein bisschen mehr. Ja, ihr hört mich. Ich hab ein neues Headset. Ich hoffe, das hört sich nicht allzu scheiße an. Aber ich... So schlechter als jetzt hörst du dich halt... Als früher hörst du dich halt auch nicht an. Flamed ihn, flamed ihn. Ich finde, man kann Jay und Hardy jetzt viel schlechter auseinanderhalten. Wir haben auch dasselbe Headset. Ne, aber das gleiche. Boah, Peter, dafür stirbst du jetzt auch noch mal. Wo bist du? Nein, ich will nicht. Ich bin in schlechter Laune. Ich stirb. Ich finde, Jays Queckstimme kann man noch irgendwie aus Tausenden raushören. Ich bin Hardy. Ich bin schwul. Und das ist auch gut so. Ja, der der Mutter. Sachte Jay. In Wirklichkeit sind für alle Zwillinge, ne? Zumindest vom Trollen her. Ja. Ja. Oh. Peter hat hier oben also das Ding gebaut. Interessant. Das ist ja jetzt Quatsch. Was? Loll, 27 Level muss ich dafür investieren für das billigste Jahr am Arsch. Ich hab null. Was machen wir denn? Ich dachte, wir können noch mal in die Tiefe gehen. Ich könnte jetzt eigentlich erst mal den Enderman töten, der vor meiner Nase ist. Ja, das wäre sehr sinnvoll. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, der ist bei Hardy im Garten. Was? Was? Da ist er. Bam, bam. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Keine Ahnung. Das ist ein Creeper. Oh, der Creeper hat auf mich zu. Alter, aber weg von meinem Baum hier, ja? Der Enderman hat er jetzt komisch. Ist was Wichtiges dabei draufgegangen? Nee. Der ist an dem Hügel explodiert, aber der Enderman ist jetzt weg. Ja, der ist jetzt irgendwo hin. Hat er sich teleportiert, die kleine Sau. Ich hör den doch. Ich hör den definitiv hier irgendwo. Ist bestimmt bei Peter in der Bude oder so. Nee, die kommen immer zu mir. Loll, da ist doch Creeper. Wo ist der Enderman? Der ist auf meinem Dach. Nein, meine ganzen Sachen, ey. Ich hab alles an Diamant-Sachen dabei. Vom Arsch. Ich seh den Enderman, jetzt komm zu mir. Telepodierst du dich jetzt zu mir oder what? Was ist der denn? Der war gerade noch auf meinem Dach drauf. Ich weiß jetzt nicht, wohin ist. Boah, ey, ist das eine Hure. Ich glaub, der ist jetzt in meinem Haus. Der Peter, der sieht übrigens richtig schön scheiße aus, wenn die Bücher von außen da rumgucken. Ach, halt's mal. Ja, der Enderman ist hier draußen. Er ist in meinem Haus dran. Ich wollte halt nur meine ehrliche Meinung sagen. Aua. Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist der Enderman! Der soll aufhören, hier einfach so Blöcke in mein Haus zu legen. Wo ist er denn jetzt hin, der Penner? In deinen Anus. Ich höre ihn schon wieder. Was ist der Enderman? Ich will die Kugel haben. Irgendwo ist er hier noch um mein Haus. Leid! Was ist der denn jetzt? Minimal stoppen. Er ist tot. Hast du dir eine Kugel fallen lassen? Ja. Hammeröde. Meine Kugel. Meine Kugel. Nein, Leute, ich hab ihn gefunden. Dann darf ich's auch behalten. Oh, warte mal, da fällt mir was ein. Was macht denn? Ich klingt nach Quatsch. Ich weiß schon, was passiert. Ich kann jetzt meine Stimme toll verstellen. Oh, jetzt hab ich dir den Impact genommen. Schade. So, wie sieht's jetzt aus? Peter, wir wollen farm gehen. Wo gehen wir farm? In die Tiefe. Ey, wartet mal gefälligst auf mich hier dumm schwuchteln. Ja, wenn du mal wieder eine halbe Ewigkeit brauchst du morgen. Ja, ich muss mich hier was, ne, bauen. Ja, auf jeden Fall solltest du zum Sprachkurs gehen, Hardy. Ja, stimmt, ich geh auch noch mal kurz. Jared, hast du mir abgezogen. Nix. Ich muss noch mal kurz zurück zu meiner Truhe. Fick dich. Ich bin jetzt gerade in deinem Fluss hier drin und ich hab ein bisschen Angst, dass jetzt Creeper von oben kommen und mir böse Sachen antun. Ja, Peter, da hab ich auch ein bisschen Angst drum. Wollen wir mal mir die Höhle erkunden oder was, die ich gebaut hab? Ja, können wir machen. Cool, dann komm mal her. So, jetzt fehlt mir noch... Hä, wo ist denn meine gesamte Rüstung hin? Die ist weg. Irgendjemand hat mir eine gesamte Rüstung geklaut, der ist ein Schwuch. Ich dachte, der hättest du angehabt, als du gerade gegen den Creeper gekämpft hast. Nö. Oh so. Toll. Ich hab meine eigene. Frau Mahdi. Mahdi? Mahdi hat nix geklaut. Das ist doch schon gelogen. Wo? Ich hab nix geklaut. Das ist doch schon gelogen. Nein! Ich hab kein Eisen mehr, kein Gold, ach so, scheiße. Guck und deswegen farm. Weil wir uns, damit wir uns wieder gegenseitig auf die Oma hauen können. Na echt mal. Alter, ich hab noch aber 50 Eisen bei mir rumliegen zu Hause. Die sind mit Sicherheit geklaut. Die sind nicht geklaut, die sind alle hart erfarmt. Ja, hart in deinem Arsch. Leute, ich seh auch die R2D2. Wo siehst du denn, wie du aussiehst? Achso, in deinem Inventarbildschirm. Naja, ich seh fast aus wie R2D2. Hadi, wo bleibst denn du? Hadi, wo bleibst denn du? Du klingst echt nicht mehr so Mongo-mäßig. Erstmal ist da C3PO. Du Knaller. Naja, stimmt ja. Oh mein Gott. Ja, mein ich doch. Der Helm sieht noch nicht so gut aus. Wo seid ihr Spacken denn? Bei Jay im Haus. Bei Jay im Haus. Ne, das klingt irgendwie falsch. Ne, das stimmt, Hadi. Das hört sich alles scheiße an. Du klingst halt jetzt nicht mehr wie so ein Troll. Ja, richtig. Wir waren deine Mongo-Stimme geworden. Die Zuschauer müssen sich halt mal daran gewöhnen jetzt. Das dauert jetzt 5 oder 6 Folgen und dann ist das wieder alles in Ordnung. Okay. Ne. Hadi, ich sag, ich kann die Leute meine Stimme jetzt schon. Ja, ich kann aber jetzt nicht 25 Jahre das gleiche Headset benutzen. Warum? Ja, warum denn wohl? Weil das schon voll auseinanderfällt. Sieh deine Mama. Moment, lass doch mal hier echt eben auf Hadi warten. Oh, Moment. 1,2,3. Ich glaub, du guckst doch, ne? Wir haben dich alle lieb. Vor allem der Johnny. Da ist er ja schon. Oh, läuft. Oh mein Gott. Der war wieder doof. Ne, ne. Alter Hadi, was soll die Scheiße. Du hast gesagt, ich soll mich troll nicht mehr so rum. Du dacht, ich troll mich mal so rum. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Jay, du kennst die Hülle wahrscheinlich schon ein bisschen besser als wir. Tja, geh irgendwo hin. Ich hab hier auch noch nichts gemacht. Du hast doch irgendwo einen Spalt gefunden, hast du gesagt. Ja, was ist das denn hier? Das ist doch fast ein Spalt. Ne, der Spalter war schon entdeckt von euch. Jetzt hab ich meine Karte wieder vergessen. Das ist doch scheiße. Quatsch, die Spaltis, die sind so riesig, die können noch gar nicht. Die Spalten. Ja, genau, die Spalten. Nein, jetzt bin ich da runtergefallen. Hallo? Keine Rücksicht davon, lass. Nein, auf mich warten. Komm, wir erst mal schon, warte. Warte. Peter, wir machen Hälfte, Hälfte, ne? Ja. Hä? Wo seid denn ihr langgegangen? Du siehst doch unsere Namen, du Bob. Hier ist aber sonst nichts mehr, Jay. Echt, das ist aber öde. Wir machen Hälfte, Hälfte. Peter, wo bist denn du jetzt hin? Ich bin wieder zurückgegangen, da ist ja nichts mehr. Ja, gut. Warte, was hast du nur für eine Gay-Höhle, ey? Und meinen, sind wir hier nicht hergekommen? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. LOL, das ging aber schnell. Boah, wo ist denn jetzt der Spalt? Das ist doch hier langweilig, dumme Gänge. Das sieht spannend aus hier. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's dunkel aus. Oh, ich hab Fackeln vergessen. LOL, ich hab auch Fackeln vergessen. Hahaha. Hier ist Fade Badrock. Warum qualmt denn das hier alles? Hier warst du ja schon überall. Ich war hier noch nicht. Ja sicher, hier sind doch Fackeln. Ja, dann haben wir... Hier war ich noch nie. Dann ist das von jemand anderem schon entdeckt worden, ja. Wahrscheinlich sind wir jetzt... Mit ich jetzt in eurem alten Gang oder so. Hier sieht's gut aus. Kann doch nicht. Kann natürlich sein. Alter, hier war ich doch schon mal mit Dennis, kann das sein? Oh mein Gott. Keine Ahnung. Hm. Ich will zu einem Spalt. Also hier hab ich nie so Treppen gebaut und so'n Shit. Und so'n Shit. Also den Spalt würde ich wieder fänden. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir hier rauskommen. Der Spalt ist ja schon mal ein Anfang. Ist ne Truhe. Was passiert denn, wenn ich hier den Scheiß abbaue? Da kommt Wasser entgegen. Wir kriegen Kohle. Kohle ist doch schon mal was. Außerdem sind wir jetzt hier wieder eine Etage höher. Und nicht direkt am Bedrock. Ach komm, verpiss dich hier. Die Etage hat uns bislang noch nicht so viel gebracht. Ja, toll, Jay. Ja, das sieht doch noch am Riss aus. Jetzt sind wir wieder... LOL. Jetzt sind wir in dem Riss von euch drin, oder? Hammer. Ist doch egal. Guck mal, wenn ich in die Richtung gucke, sehe ich keine einzige Fackel. Da, weil ich dir ein Lab gebaut hab. Wieso hast du denn die Fackeln abgebaut? Weil ich keine Ahnung hatte. Moment, hier ist nix. Peter, wo ist denn der Ausgang? Ich kann uns zum anderen Riss führen. Ich weiß es nicht. Wie, du warst ja hier schon mal. Du hast mir doch mal damals den Weg rausgezeigt. Sind wir hier direkt in unserem Riss? Autsch, ja. Dann ist der Ausgang hier. Ja, hier ist er auch. Tatsächlich. Genau unser Riss. Wo ist der? Hier. Siehst du meinen Namen? Wo bist denn du? Ja, ich muss gerade nach oben schwimmen. Hammer, jetzt häng ich hier fest. Das ist ja crazy shit. Hadi, verpiss dich. Dein Maul. Ich schmeiß dich hier gleich in die Lava. Pff. Hallo. Wohin? Hier, das Wasser hoch. Da ist der Ausgang. Boah. Alter, Hadi. Was willst du denn von mir? Du bist ein Mongo. Das will ich schon. Du bist ein Mongo. Dingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Hadi, hier ist nicht der Ausgang. Der Ausgang ist weiterhin die Richter. Das ist mir schon klar. Was hast du denn du für eine Krone auf, Jay? Ist das die normale Gold-Helm-Dingens? Lol. Dortmund hat sogar zwei, drei verloren. Yay. Hammer. Das steigert nicht gerade meine lauen Aufschluss. Alter. Ja, ich bin leider runtergefallen. Ich brauche noch etwas. Ja, aber wir sind schon mal weg. Ich sehe hier gerade auch noch einen Slime. Der muss man eben dran glauben. Ja, das ist gut. Dann kann ich eben kurz in mein Haus rein und fackeln holen. Stimmt, die brauche ich auch noch eigentlich. Wo ist denn überhaupt der Ausgang? Das habe ich mir ja schon verlaufen. Das ging aber flotty-karotty. Will ich denn hier haben, was für ein hässliches Haus? Ach, das ist ja für Dennis. Ey, Dennis ist leider nicht da, weil der aktuell noch kein Internet hat nach seinem Umzug. Oh ja. Er ist auch in ein quadratisches Haus gezogen. Und bin ich jetzt hier richtig? Nee. Das ist alles verwirrend. Wir brauchen bessere Elevators als Wasser. Wer Zeit das bookickt oder wie das heißt 2.1.0 auskommt, damit wir auch mal ein paar Mods wieder ausprobieren können. Ja, das sehe ich auch so. So, ähm... Treffen wir uns im Haus wieder, von mir. Können wir machen. Ich habe den Riss auch schon ein bisschen entdeckt, aber glaube ich noch nicht so viel. Okay. Also Risse sind ja für gewöhnlich relativ groß. Ja. Dann dürfte es passen. So, jetzt sind wir wieder hier. Was teilen wir denn auf? Alle Erze? Ja. Wieso, was gibt es denn noch aufzuteilen? Redstone, was ist denn sowas? Würde ich auch sagen. Redstone geht mittlerweile auch zügig abzubauen. Achso, da kann man halt ein Farmen wie Erde oder was? So zügig jetzt auch wieder nicht. Apropos, ich kriege immer noch irgendwie 42 Netherwarzen von dem Bram. Wieso kriegst du die denn? Weil ich ihm die geliehen habe. Achso. Ich will hier irgendwann mal wieder... Lol. Was ist denn das hier für eine Hardie? Das war ich nicht. Das war schon so, ich musste da auch drüber springen. Wo sind denn jetzt meine ganzen... Melonen denn? Oh, da. So, 64 Fackeln müsste ja fürs Erste reichen. Wie viel Fresschen habt ihr dabei? 56... Ich habe 34 Melonen. Melonen, genau. Melonen! Ich kann mittlerweile echt schwer euch beide auseinanderhalten. War das jetzt gerade Jay oder Hadi? Melonen! Das war ich. Melonen! Ja. Ne, ich will doch jetzt nicht schlecht reden. Ich will... Nein, aber ich hole mir ja das andere Mikro, dann kannst du mich ja wieder besser verstehen, hoffentlich. Ey, ist nicht so, als wenn man die schlecht verstehen würde. Ist nur ein bisschen ungewohnt. Ja, klar, ich bin jetzt besser, oder? Maximum Brightness, oder was? Oh, yeah. Ja, die Hetzels von den beiden haben so komische Stimmen, Verzerrer. So, wer war das? Das müsst ihr jetzt erwarten. Ja. Das gibt es. Ja, auch Peter meint, das ist Jay. Wer hat denn hier bitte die... Ja, das war definitiv Hadi. Was denn? Die hat Dinger hier vor. Hadi, willst du mich... Fick dich, Hadi, ich töte dich. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Alter, du hast es da wieder hingesetzt. Nein, du hast es doch gar nicht abgebaut gerade.